so hi es geht heute um dieses messer von herberts ein assisi 420 so wir haben eine liner lock verschloss system also klinge geht auf dieses stück setzt sich davor kann zur seite gedrückt werden die klinge kann wieder verschlossen werden die schärfe ja ich kann es mal so ausdrücken wie man sieht die stelle ist jetzt vollkommen rasiert und das ist die werkschärfe in dem fall hier scheint herberts auch nur der vertriebspartner zu sein weil das ist aus der messer world serie und ich habe mir jetzt mal geguckt da nehmen die messe aus der ganzen welt die sie dann unter ihrem namen vertreiben quasi weil sonst wäre das auch ein echtes solinger messer aber ist es nicht aber es ist verdammt scharf wirklich verdammt scharf das einzige was mir nicht so gefällt dieses zwischenstück hier was auch als griffhilfe gilt ich weiß nicht ob man das jetzt gut hören kann das ist kunststoff gut das ist ein größerer abstandshalter als bei vielen anderen messern weil da ist es meistens dann metallblock und wenn die klinge leicht sich hier hinten eingeschlagen hat mit der zeit dann kann es passieren dass das dann auf dem blanken metall auf liegt das kann hier nicht passieren weil ich weiß ja jetzt sieht man es der block da unten der ist unterhalb der plastikkante das heißt man kann sich die klinge auf jeden fall nicht stumpf schlagen falls sie irgendwann überschlägt bis jetzt steht immer so gute zwei millimeter ab von dem plastik ich weiß nicht ja hier sieht man es glaube ich ganz gut ja und das ist eigentlich auch gut die zentrierung ist auch perfekt mittig ja und dann die lineart war halt noch dran und schon guten 20 sage ich jetzt mal sollte das eigentlich kein problem darstellen als messer und ich merke auch also da muss ich kann ich gewalt anwenden wie ich will die klinge bewegt sich keinen millimeter selbst wenn ich dagegen halte das einzigste was dann wieder ein bisschen doof ist ist das hier ich weiß nicht ob man das sehen kann ja kann man das steht ganz leicht über aber das ist beim 20 euro folder ist das gar nichts schrauben habe ich auch schon mal geprüft mit dem fein schraubendreher ob man die lösen kann keine chance das ist definitiv in dem fall hier alles mit loktite behandelt der clip ist sehr hart aber das ist ja auch gut also das hält wirklich gut ich dachte halt als erstes das hier hinten wäre auch als glasbrecher zu benutzen kann man machen weil außenrum natürlich zwei metallplatten sind ist aber nicht unbedingt zu empfehlen wegen diesem plastik innen teil ja so vom griff her ist das super eine hand öffnung funktioniert ist es keine federunterstützung wobei ich bei federunterstützten messern auch immer das problem gerne sehr dass diese federunterstützung wenn man das messer länger hat ja halt heftiger auf den korpus des messers wirkt und dadurch sich irgendwann die schrauben selbst wenn die gelockteit sind mit loktite arretiert sind irgendwann lose setzen und dann ja ja man sieht schon hier habe ich gestern leider schon so ein leichtes problemchen gekriegt weil ich einen schlüssel mit in der tasche hatte in dem ich dann das messer hinterher hatte und hab da einen kratzer reingehämmert natürlich ein bisschen ärgerlich aber ist halt manchmal so ansonsten das ist echtes holz ja fühlt sich auch sehr gut an liegt auch recht gut in der hand ich habe jetzt nicht unbedingt die kleinsten hände die klingenlänge naja wenn wir es so sehen okay ist glaube ich leicht drüber ich messe das aber dann nochmal nach und gebe die maße nachher durch bis